Willkommen oder? Dafür habe ich auch noch kein Geld. Jetzt gehen zumindest noch ein paar mehr Leute hier rein. Next-Gen und 4145. Souvenirladen, Nachtsichtgerät müsste eigentlich auch 51 bringen. Kleiderladen. Dinohut. Oberrohr. Machen wir für 50. Restaurant. Fast-Wood. Dinoh-Schnaus. Fast für mich. Dino Cocktail. Die Bar. Fossilien. Der Zahn. Okay. In Ordnung. Und Spielwaren. Ferngestellter Dino. So. Boah. Passt so. Des Weiteren. Des Weiteren. Schauen wir mal ins Fossilien-Zentrum. Das erst mal verkaufen. Das verkaufen. 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 Naja gut. Nochmal hier. Was immer das für ein Dino dort ist. Wir haben zumindest jetzt Geld um ein Hotel zu planen. Okay. Da wird es nicht hin passen. Und hier auch nicht. Oder? Das so sehr. Eher nicht. Baut man so ein Hotel am Anfang des Parks oder eher ans Ende? Ja. Das ist schon ein Klopper von Hotel. Komm. Ja. Da ist es auch zu eng. Leute. So weit ab vom Schuss kann ich nicht machen. Oh Gott. Oh Gott. Das liegt ja jetzt mal richtig auf dem Berg. BSD. So. Und. Weg. An. Ähm. Ja. Sitzen. Ein. Mal die Straßen bisschen verbreitern. Verbaut. 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 Was ist denn hier verbaut. Leute. hier. Jäger ersetzen. An. So. Irgendwie. spricht mein. Fossilien. Dings nicht an. Oder das ist ein großer Dino. Deshalb. Nächste Expedition. Dann. Galilie. Velociraptor. Graben wir mal dort. Ich bin jetzt am überlegen, ob ich meine Wege ein bisschen umbaue. Wenn es hier so schmal ist. Jetzt vielleicht ganz günstig. Wenn ich die Wege eher hier außen lang ziehe. Und. Oh. Man. Oh. Man. Man. So, denn dann kann ich den Weg wegmachen. So. Zurück, ersetzen, kleines Stück, baut, hm. So. Zack. Kurz den Weg wegmachen. So. Geschäfte sind oft nicht sauber oder einfach, aber immer notwendig. Also sehen Sie sich diesen Auftrag an. Akzeptieren, so. Ich muss auch erstmal kurz... Wege basteln. So. Dann könnte doch der Weg hier auch verschwinden. So. Kurzweg. Out. Dieser Ankerpunkt ist, glaub ich, schuld an dem Übel. So. 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 Dann. Ersetzen wir halt die mit... kleinen Wegen. Ich weiß zwar nicht, warum so viele Leute hier hinter rennen, aber... mir soll es recht sein. Expeditionskarte, wir wollen nochmal den nehmen. So. Wir gucken bei den Fossilien. Gali. Gali? Der sieht doch klein aus. Okay. Gali, Gali, Gali. Und ein Velociraptor. 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 So. Forschungsgebäude sollte möglich sein. Ranger Station? Forschungszentrum. War das jetzt... Ja. Da. Äh. Haben ihn verdrückt. Gut. Cutten wir mal die Straße hier weg. Und... Komm weg. Betriebsgebäude. Wir haben die Aufgabe... Nein, die Mission, diesen Tieren ein optimales Umfeld zu bieten. Ihr Lebensraum ist viel zu klein. Was, was, was? Wer hat ein zu kleines Gehege? Bei mir. Erfolgreich auszupulten kleiner Pflanzenfresser. Okay. Dann... Nochmal. Ich möchte den Gali ausbrüten. Hm. Possilien anschauen. Lass ich erst mal verkaufen. Gali, 24%. Komm. Huh. Warum so schlechtes Wetter hier? Betriebsgebäude. Sturm. Forschung erforderlich. Okay. Dann gucken wir mal ins Forschungszentrum. Was gibt's denn für Upgrade? Forschungskosten, Forschungstempo. Forschungstempo. Geld haben wir aktuell. Äh, wie genau. Forschung anschauen. Äh. Genetische Forschung. Komm. Was sollten wir... Reaktionstempo. Aggressives Verhalten. Reaktionstempo. Reaktionsgeschwindigkeit. Ist das das gleiche? Hm. Nuttrick. Strom. Wo fehlt's denn? Hotel hat keinen Strom. Das ist ja mal mies. Ähm. Ziehen wir da rüber und da rüber. Dann kann ich eigentlich mal mit meinen Ranger-Teams Futter auffüllen. Und mit dem anderen Ranger-Team das gleiche hier drücken. Unterwegs um Futterstation zu füllen. Ich weiß nicht, ob hier jemals große Dinos hinkommen, deshalb machen wir auch mal. Hm. Ne hohe Futterstation hin. Reaktionsgeschwindigkeit. Zwei Minuten verbleibend. Kann ich mir schon ein größeres Kraftwerk leisten? Mittleres Kraftwerk, jawoll. Na lang. Ja da. Au. Puh! So, wo können wir den kleinen Schnitzel hier wegreißen? Ja. So. Wunderschön, unsere Insel. Wie weit kann ich eigentlich rauszoomen? Naja, nicht so extrem weit. Benötigt Strom. Warum bekommst du keinen Strom? Wunderschön. Hm. Okay. Stromproblem gelöst. Warum das jetzt so ein Akt war? Keine Ahnung. Hier gibt's ja auch keine Probleme. Wobei... Das kommt jetzt mal weg. 170 pro Minute. Forschung anschauen. Nochmal. Reaktionstempo. Aggressives Verhalten. Gute Verdauung. Hm. Naja gut. Naja gut. Was soll's. Forschen wir halt was anderes. Gebäude. Poolingbahn. Wird erforscht. Forschung... Forschung... Äh... Anki mit Reaktionsgeschwindigkeit. Ausfrüten. Anki Reaktionsgeschwindigkeit. Nullgenziehigkeit der Haut Irgendwie Fähigkeiten der Haut Okay, ich glaube Die eine Mission, die canceln wir mal Auftrag beenden So, dann suche ich mir lieber einen anderen Auftrag So, Isaac, was hast du? Nehmen wir 50% bei irgendwelchen Fossilien Kriegen wir immer